Heute teste ich mal die Superknallfrosch D von Niko Feuerwerk. Die sind schon etwas älter, sieht man hier am Logo. Ja, sind Klasse 2 und testen wir die mal, würde ich sagen. Ich glaube, das sollte noch relativ gut sein. Naja, knallen tut er nicht, aber er hat ein bisschen gehüpft. Schauen, ob der besser ist. Ja, der war schon ein bisschen besser, jetzt aber auch nicht so laut wirklich. Das heißt, der Knallfrosch soll eigentlich hüpfen. Ein bisschen besser. Ja, so super sind sie nicht, also empfehlen würde ich sie nicht. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen.